so ihr lieben herzlich willkommen zu einer neuen runde monstrum in der ich jetzt tatsächlich mal geschafft habe sogar den aufnahmeknopf zu drücken das ist nicht großartig irgendwie hat mein rechner aber mehr als sonst ich weiß nicht was das ist also ganz massiv märchen muss glaube ich mal wieder ein bisschen aufräumen auf der karre fiend selbstverständlich oben wenn sie können ist das habe ich noch nie gesehen da muss ich die mitnehmen wenn da sowas besonderes ist tatsächlich jetzt klingt mein telefon ist das nicht geil geiler telefon klingel drunter zu geil die ganze zeit lang die ganze zeit lang ist es ruhig weißt du eigentlich mache ich es immer aus jetzt weiß jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen weswegen das eigentlich immer ausmachen telefon aus der hölle jetzt haut er sich dominostein rein und ihr kriegt wieder nichts also mir ist es ja bewusst ich mag die dinge sowieso nicht so gerne habe ich gesagt ist übrigens der der hässliche ich habe den rechner tatsächlich heute erst hochgefahren ist das das problem vielleicht sollte ich das nicht so häufig machen ist das also jetzt so mom 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 isst ihr ruhig isst ruhig deine ganzen dominosteine wer stickt dran ich mag den kram sowieso nicht also nicht so wirklich so ein bisschen mal aber sollte mal geölt werden we don't do du 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 im Ich weiß nicht, machst du dir immer die Hosen oder weswegen sitzt du immer auf dem Pod, wenn wir streamen. Firelord, was ist denn los? So schlimm ist das doch gar nicht. Dann das Ding hier meinetwegen. Die finden wir noch häufiger. Würde ich mal ganz dreist behaupten. So, wir werden auch noch zwei davon finden. Das ist die Kette, die brauchen wir aber nicht, die haben wir. Genau, wenn ich Glück habe, kann ich fliegen, weil die Pumpe auf Deck 7 ist richtig. Das könnte sein. Die sind da bestimmt. Die ist garantiert da. Dann war das eine schnelle Runde, dann können wir gleich weitermachen mit dem nächsten Spiel. Hat er auch was, oder? Ich glaube, ich muss gleich wirklich mal irgendwas gucken, was hier meinen Rechner so ausbremst. Das ist irgendwie nicht schön. Ihr mögt das vielleicht nicht so merken, aber es fühlt sich echt nicht so gell an beim Spielen. Jetzt gleich nach der Runde mal kurz gucken, was da los ist. Die U-Boot-Lichter, okay, da ist die Pumpe, perfekt. Das ist ja super. Flüssigkeiten ist auf dem Pott eher seemig geil, oder was hast du gesagt? Oh, das wird so eklig alles. Warum seid ihr alle nur so eklig, ey? Inventar-Pack auf der Brücke, ja, das brauche ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Ja, komm. Und Welpen sind süß, genau. Geht sogar noch, Hammer, ich bin begeistert. Na und? Und und und? Geht's? Geht's nicht? Hm. Geht's nicht, geht's! So, ich mache mal ganz kurz ein Mini-Päuschen hier, muss ich mal eben machen, muss ich mal eben gucken, was hier mir die Performance frisst. Das ist nämlich nicht so wirklich geil. Bin ihr versteht, was ich meine. Was grünes fährt? Auf weißer und blauer Sonne und gelben Himmel? Was nehmt ihr da? So viel ist das gar nicht, komisch. Naja, lassen wir es mal so laufen. Mach das mal, mach das. So, also, komm, eine Runde machen wir noch. Dachte gerade, dass vielleicht irgendwas krass prozessorlastiges am Hintergrund läuft, aber das ist die Summe aller Dinge, die da offensichtlich Stress macht. Könnte Spotify nochmal kurz ausmachen, vielleicht hilft das. Wer weiß. So, auf in Runde 2. Und es läuft noch mal nicht so prickelnd. Schade. Hey Leute, hast du das jetzt erst, was ich gerade gesagt habe? Jetzt, in diesem Moment? Da hast du ein krasses Delay. Ist ja der Hammer. Da habe ich doch vor 5 Minuten gesagt. So, das Wettbüro ist eröffnet, ihr Lieben. Gebt eure Tipps ab. Ich bin gespannt. Ah, scheiße. Geber rein, geber rein, geber rein, geber rein. Na super. Die Leuchtpistole. Die hätten sie auch direkt behalten können, weißt du? Ich glaube, Big Daddy gehört. Ich glaube, ich höre Big Daddy. Es hieße, du hättest recht mit deinem Tipp. Kannst die Viecher immer noch nicht auseinander halten. Schäme dich. Das ist doch ganz einfach. Nee, das geht wirklich einfach. Mit ein bisschen, ein bisschen Übung. Ich sage, es ist Big Daddy. Ja, ja, ja. Ja, habe ich richtig gehört sogar. Blöde, du Fiesling. Müsst ihr eigentlich da hinlaufen, oder? Ja. Warum guckt der hier rein? Se, wann macht der das denn? Der soll zum Radio gehen, der Ficker. What? Alter Scheiße. Seit wann geht denn der nicht einfach vorbei zum Radio? Das ist ja was ganz Neues. Alter. Drecksack. Mann. Das ist nicht nett. Ja, er hat so recht gehabt. Äh. 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 Damit weißt du, wer Big Daddy ist, ja. So. Das ist aber komisch. So was macht er sonst nicht? Der verhält sich nicht so wie sonst. Ja. Und da gibt's nicht so wie sonst. So was macht er in den Versenung. ja komm so das wettbüro ihr wisst ihr könnt noch mal wieder tipps abgeben laja ich sage auch wir brauchen noch einen zweiten benzin kanister brauchen gleich erstmal einen neuen doktor fika gibt es ja auch nicht 69 prozent akku ja so jetzt wäre es total geil wenn er jetzt auch mal irgendwie endlich verschwinden würde so aber geht nicht rein so und du wolltest sagen dass dein boiler da auf dem du immer sitzt hat nur noch 69 prozent akku ist der elektrisch betrieben hat er so einen automatischen abwischer drin oder was ist das so 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 Hallöchen Amelie Achso, dein Tab Hat nur noch so wenig, okay Ich verstehe So, jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch einen zweiten Benzinkanister, ne? Das wäre super Find ich bestimmt hier hinten Hier vielleicht? Neee Mann, wo? Alter Ein einziger reicht Nicht so viele So, hier ist auch noch was Aber ist ja auch keiner Ach, scheiße Ich habe einen Benzinkanister gefunden Dumm, die dumm, die dumm Wir können jetzt fliehen, ne? Theoretisch Das ist nicht verbocken Also ich Willi ist hier am Start, ja? So sieht es aus Und das ist Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Achja Bad Ich glaube, der kommt heute nicht mehr Glaube ich Dann brauche ich jetzt ab, wenn das so ist Tschüss Tschüss Glöchchen Kula Ninja Moin Hol's ab Guck Deck komm komm Jett Bingo ять W Na 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 Ich bin der Fall.